hallo ich begrüße dich und ich freue mich dass du wieder da bist und dir die zeit nimmst mein video anzuschauen heute am 28 februar 2019 mit dem video tagesbotschaft links oder rechts heute für den heutigen tag also wie du siehst also ich habe hier die skat garten wieder mitgebracht schliesse deine augen und tauche in der energie der kristallschale hinein ich hoffe du konntest entspannen und bist du bereit für die botschaften eine sehr schöne karte und ich beginne jetzt mit der mischung der karten liebe engel bitte ich um drei karten für mein zuschauer für meine zuschauerin sowie das hier auch alles hier spiegelt die kerze ja heute haben wir hier im köln wei befasst auch ja nicht nur in köln also es wird hier aber sehr besonders gefeiert also ich hoffe da spürst du auch jetzt schon die energie so entschuldigung also ich misch die neu du sollst die karten nicht sehen damit du dich ganz entscheiden kann ganz ohne dass du die karten gesehen hast liebe engel noch bitte um zwei karten so wunderbar noch eine karte sind ja einige karten also entscheide ganz spontan links oder rechts also wir lassen hier die letzte karte letzte karte ist dass man halt diese nähe spürt diese verbundenheit du spürst die nähe die verbundenheit heute also das ist die karte und was mache ich denn oh man